Ich bin Martina von SRF Digital und wir haben etwas ziemlich verrücktes vor. Eine Weltpremiere, um ganz genau zu sein. Ich will fliegen lernen, wie bisher noch niemand auf der Welt fliegen gelernt hat. Nämlich mit einer VR-Brille in einem Simulator. Und in zwei Wochen werde ich in ein nächstes Flugzeug steigen und wir schauen, ob ich es dann kann. Ich bin Guido. Martina, frag mich. Martina, hallo. Ich bin nicht ganz unvorbereitet hierher gekommen. Ich habe schon Unterlagen von euch bekommen. Von dir, gell? Genau. Von Christoph. Das ist der Wahnsinnige. Der wird mit mir in den Flieger steigen. Gut, in 20 Jahren ist Christoph jetzt schon als Fluglehrer unterwegs. Aber so eine Flugschülerin wie mich hat auch er noch nie gehabt. Und die Idee ist, dass am Schluss sitzen wir zwei im Flieger. Du startest, oder? Das mache ich nicht ein. Du startest. Ich starte? Nein, die Idee ist, dass du eine ganze Platzrunde fliegen kannst. Man wird so langsam aber sicher klar, auf was ich mich einlassen habe. So, das ist der Fabian. Auf sie mischt wächst das ganze Projekt. Er ist der Gründer von VR-Motion. Und höher, weiter, schneller ist bei ihm kein Hobby, sondern Lebensmotto. Vier Jahre ist her, haben wir die Jungs von VR-Motion schon einmal getroffen. Damals hat es aber noch keine VR-Motion gegeben. Zier. 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 Irgendwie stürzt. Das war noch ein Familienprojekt. Das ist im Wohnzimmer, wie wir es gesehen haben. Wenn wir es gesehen haben, gebaut worden. Mittlerweile ist es, wie man es so sieht, ein Produkt, das DE-zertifiziert ist. Also sprich, das ist wirklich zugelassen, es ist nichts mehr gebastelt. Sonst hätte man dich gar nicht drauf lassen. Es ist nach wie vor ein 6-DOF-Gerät. Was heißt? Es sind die 6 Freiheitsgrade. Also du hast rauf, runter, links, rechts, vorne, hinten. Es sind die Lineare und dann alle, die sich dreulen. Was wir jetzt speziell machen, wir haben uns jetzt eigentlich ein bisschen wegbewegt von Beschleunigungen zu simulieren. Also schon indirekte Beschleunigungen, aber wir fokussieren uns sehr auf das Modell von innen. Dadurch wird es auch viel besser und auch den Leuten weniger schlecht. Was ganz speziell bei VR und VR natürlich ein Problem ist. Nach wie vor, die Plattform läuft mit 230 Volt. Es ist immer noch Wohnzimmer, tauglich. Und wir haben viel mehr Kippwinkel. Das sieht man auch an den Konstruktionen hier unten. Die sind jetzt total optimiert, alles daumengerechnet. Und was läuft da oben? Das ist eigentlich alles Show, oder? Das könnte alles so weggelassen werden. Ja, ganz, ganz nicht. Also es ist richtig. Durch das, was wir mit VR-Hand, sieht man jetzt in vielen Komponenten, eigentlich nur noch als 3 hier, dass man es noch spürt. Es hat aber auch funktionierende Sachen, wie zum Beispiel, ich weiss nicht, das ist ja selber gelernt. Der Throttle. Der Throttle, genau. Und was ist das? Den kenne ich noch nicht. Das ist der Mixer. Mit dem müssen wir das Luftmisch einstellen. Ja, ja. Das ist auch ganz cool, original. Bei den Cessna musst du es mal anschauen. Was halt auch noch dazu kommt, wenn man es gleich anschaut, mit den Simulatoren, das ganze Visual. Ich meine, wenn du vorne einen Bildschirm hast, und nachher dann irgendwie auf der Seite schauen willst, wo jetzt die Piste ist oder so, dann hast du keine Chance mit 3, 4 oder 5 Bildschirren. Wie viel kostet das, was da steht? Ja, das ist eine gute Frage. Also zuerst mal muss man sehen, bei professionellen, grossen Flugsimulatoren hast du meistens einen Crew drin. Da musst du mehrere Maschinen haben. Aber trotzdem, ich meine, da sind wir in einem Faktor 100, wo man günstiger ist. Was dann auch noch im professionellen Bereich kommt, dadurch, dass die Plattformen dann sehr, sehr gross sind und schwer oder in der Zeit drinnen herumbewegst, kommst du über die feinen Bewegungen gar nicht rüber. Und da sind wir natürlich viel Agiler mit der Plattform. Unabhängig, was eigentlich das ganze Trainingsgerät kann dazu bringen oder zertifiziert ist oder sowas auch immer, werden wir jedes Mal einfach Sachen optimieren, die dann nicht wie fossile Brandstoffe verbreiten. Okay. Das ist wirklich eine ganz neue Richtung, die wir mit Fahrern haben wollen, wo wir Falten auftunen, die vorher gar nicht möglich waren mit Simulatoren. Wie hat man denn Facherflüger gelernt? Also wie hast du Flüger gelernt? Ja, nicht mit so etwas, oder? Ja, also wir haben die Flugausbildung dazumal im 1999. Mhm. Bist auch gar nicht auf der Weile, gell? Knapp! Im 1999 hatten wir schon einen Simulator. Das war aber einfach so ein Mac-Bildschirm, so ein Röhrenbildschirm, wo ihr ein Zeigerinstrument draufgebracht habt. Und dann hat man einfach draufgeschaut und ihr einen Knopf umgeschraubt. Und das war es dann. Softwaremässig, das ist eben auch noch interessant. Es gibt in den Flugsimulatoren ja ganz viele. Und das Interessante ist dort, dass die, die wir heutzutage im professionellen Bereich haben, einfach noch aus der Generation sind vom Microsoft-Fly-Simulator. Also noch alte Aufbauen und so. Und da haben wir mit AeroFly, das ist eine deutsche Firma von Apex, haben wir eine Software gefunden, die von Physikern gemacht sind. 25 Jahre Erfahrung in dem ganzen Ding. Und haben ihre Game-Engine selber gemacht. Und da merkst du auch, da kommt die Flugphysik durch. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Der Reifendruck ist durchsimuliert. Die sind wirklich einfach dort eine Meile weit voraus. Und es ist auch die erste Flug-Simulator, wo du mit einem einigermassen Gamer-PC mit VR überhaupt machen kannst. Was ist das? Nichts, das ist auf Strom. Das ist das Molen, das ist das Bediener-Panel. Rein von der Maschine her müssen wir extrem aufpassen, wenn eine Person drauf ist und nichts sieht, dass nichts passiert. Und darum ist das Super-Eiter-Panel, dass man dann nicht abschaltet. Okay. Und fliegen können und fliegen dürfen sind ja zwei Sachen. Das ist richtig. Fliegen können, das ist wie, wenn du Autofahren kannst, dann musst du es bedienen und es auf der Strasse behalten können. Im Fliegen ist es etwas gröber dran. Du musst ja den Flieger auf die Piste sitzen und es ist noch eine Dimension mehr. Da sind wir überzogen, dass du das machen wirst. Es geht dann natürlich noch einen Schritt weiter. Du musst ja dann auch sehr viele Theorie-Prüfungen machen. Und wenn es dann eben in Navigationsbereiche geht, die ganze Meteo, alles Water-Züge, manches Leistungsvermögen, das sind einfach noch Sachen, die dazukommen. Aber ich denke, das Coolste wirst du mit zwei Wochen machen. Das ist eben gut. Und das ultimative ist ein Land. Ja. Wir müssen dann so die uncoolen Sachen wie die Auswendig-Lern-Checkliste einfach weglassen und den ganzen Einwetterbericht studieren. Das machen ihr? Das machen wir dann vielleicht. Und ich fliege einfach. Ich fliege einfach. Anschneiden ist wichtig. Auch ein Simulator. Safety first. Dank meinem Theorie-Ordner kommt mir zum Glück das eine oder andere schon bekannt vor. Aber generell fange ich wirklich ganz von vorne an. Was machen die rechts und links? Genau. Ah, das ist in die Kugel treten? Ja, genau. Aha. Beim Auto steuerst du hier am Boden und beim Flieger steuerst du mit den Fusspedalen. Und da gibt man Gas? Ja, da gibt man Gas. Okay. So. Oh Gott. Ich komme schon schräg. Ja. Also schau jetzt. Machen wir mal wie die Kontrollen funktionieren. Ich lege da mal eine Strecke. Jetzt füllst du hier rechts herum. Jetzt siehst du, macht er eine Rechtskurve. Jawohl. Der rollt er auf eine Sache. So rollt er auf die andere Seite. Okay. Wenn du die Hindern ziehst. Ja. Dann gehen wir aufwärts. Und wenn du die Führerstrasse gehst, dann geht es runter. Ja. So weit, so gut. Genau. Look out. Keine andere Flieger. Ist gut? Hi. Hi du. Ich bin eine gute Schülerin. Ja. Das ist mega cool. Ich komme langsam ein Gefühl dafür rüber, was auf mich zukommt. Halleluja. Ich kann gerade ausfliegen. Es sieht so viel unspektakulärer aus. Ich habe das Gefühl ich schaffe es, bis so in zwei Wochen fliegen zu lernen. Ich bin wundern, ob wir das ähnlich sehen. Ihr könnt es auf jeden Fall mitverfolgen. In einer Woche kommt das nächste Video. Dort seht ihr das Training und in zwei Wochen treffen wir uns wieder auf dem Flugplatz. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Stay tuned. Genau. Ich bin�� dir Sie beschäftigt, Geht. nicht ein Kind ab.